Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich wieder mit dem Korg PA5X Musikant spielen und zwar mit einer ganz dünnen Registrierung. Ich stelle mir vor, ich habe eine kleine Kombo. Die Melodie übernimmt ein Tenorsaxophon, unterstützt in der linken Hand durch einen Flügel und bei den Begleitspuren seht ihr, habe ich lediglich die Schlagzeugspur, die Bassspur, die Piano und die Gitarrenspur an. Alle anderen Spuren sind stumm geschaltet, also Rechtsmelodie, Linksbegleitung durch das Piano, den Rest bringt der Style. Beim dritten Stück in meinem kleinen Video spielen mir eine alte Melodie, diese Melodie kennt ihr sicher alle, spiele ich die musikalischen Themen rechts- und linkshändig gegenläufig, wenn es gelingt. Vielleicht ist das etwas für euch zum Üben. Ich hoffe, es gefällt euch. Musik 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 Musik